Die Mondfinsternis am 28. September 2015 kam überraschend früh, zumindest für mich. Auf die Schnelle habe ich die Kamera eines Raspberry Pi an ein 100-300mm Teleobjektiv angeschlossen, um das astronomische Ereignis aufnehmen zu können. Dazu habe ich den Plastikdeckel eines Objektivs auf der Rückseite plan geschliffen und mit einer mittigen 8mm Bohrung versehen. Die Linse an dem Kameramodul muss entfernt werden. Legt die Kamera dazu auf eine ebene Unterlage, ich verwende ein Stück DEPRON als Zwischenlage und haltet das Chipgehäuse mit einer Zange fest. Mit einer Stange kalten Heißklebers wird auf die Linse gepresst und diese so herausgedreht, ein Bleistift mit Radiergummi geht auch. Das Kameramodul kann nun mit etwas Heißkleber an den Ecken mit dem Plastikdeckel verklebt werden. Der lichtempfindliche Chip des Kameramoduls muss in einem bestimmten Abstand zum Objektiv angebracht werden. Mit Distanzringen habe ich ein wenig herumprobiert, wobei sich derjenige mit einer Dicke von 20mm als brauchbar erwiesen hat. Diese Lösung ist nicht optimal, aber am Nachmittag der bevorstehenden Mondfinsternis konnte ich nichts besseres zusammenbasteln. Ebenfalls wenig geeignet für astronomische Beobachtungen ist das preisgünstige Stativ meiner Ausrüstung. Wie zu sehen ist da ordentliches Spiel drinnen. Der Raspberry Pi kann die Blende des Objektivs nicht ansteuern. Um eine Blende von weniger als 4, also offen Blende zu erreichen, kann das Objektiv bei gedrücktem Blendenauslöser von der Spiegelreflexkamera getrennt werden. Die Chipfläche der Raspberry Kamera ist wesentlich kleiner als die der Spiegelreflexkamera, die normalerweise mit dem Objektiv verbunden ist. Für die Brennweite ergibt sich ein Faktor von etwa 9, womit effektiv bis zu 2700mm erreicht werden. Der Mond ist formatfüllend bei einer Zoomweite von etwa 130mm am Objektiv, was rechnerisch etwa 1200mm entspricht. Den Mond ins Zentrum der Aufnahme zu bringen war ganz schön knifflig. Die Bildschärfe ist in Anbetracht der Pi mal Daumenoptik überraschend gut, absolut gesehen jedoch alles andere als überragend. Der Himmelskörper rast von links nach rechts über die Aufnahme, mit dem verwendeten Stativ ist an ein Nachführen nicht zu denken. Beginn der Mondfinsternis war um 3.07 Uhr. Der Kernschatten der Erde bewegt sich beginnend von links oben über den Mond. Die Mondbahn ist nicht kreisförmig. Die größte Entfernung Erde-Mond beträgt etwa 406.000km. Der geringste Abstand liegt bei 356.400km. Zum Zeitpunkt der Aufnahme betrug der Abstand nur 356.880km, lag also sehr nahe an der geringstmöglichen Entfernung. Pro Jahr vergrößert sich der Abstand Erde-Mond um etwa 3.8cm. Der Mond wird vom Kernschatten der Erde zusehends angeknappert. Diese zweite Sequenz ist um 3.14 Uhr aufgenommen worden. Der Kontrastumfang der Kamera ist zu gering, um die rötlich-schimmernde Mondoberfläche im Erdschatten ebenfalls aufzunehmen, zu sehen ist nur der beleuchtete Teil. Die Videosequenzen wurden mit einer Blende von 11 aufgenommen. Der Shutter-Speed, also die Belichtungszeit beträgt 25ms. Die Lichtempfindlichkeit wurde auf ISO 100 gelegt, um das Bildrauschen gering zu halten. Die Aufnahme der dritten Sequenz erfolgte um 3.38 Uhr. Nach 30 Minuten ist schon mehr als die Hälfte des Mondes im Erdschatten. Die Aufnahme dieser und der folgenden drei Sequenzen ist verwackelt, da ich das Fenster geöffnet habe, um den Mond weiterhin auf seiner Bahn verfolgen zu können. Durch das geöffnete Fenster strömt warme Luft, wodurch es zu optischen Verzerrungen kommt. Der Mond bewegt sich in etwa 27 Tagen um die Erde. Die mittlere Bahngeschwindigkeit beträgt 1023km pro Sekunde. Die Masse des Mondes beträgt weniger als ein Achtzigstel der Erdmasse. Die vierte Sequenz um 3.42 Uhr zeigt nur noch eine Sichel des Mondes. Der Versuch, durch geeignete Wahl von ISO-Wert, Belichtungszeit und mit voll geöffneter Objektivblende den im Erdschatten befindlichen Teil der Mondoberfläche aufzunehmen, ist gescheitert. Für die nächste Mondfinsternis muss ich technisch aufrüsten. Um 4.06 Uhr ist nur noch ein kleines Stück Mondoberfläche außerhalb des Erdschattens. Ab 5.24 Uhr tritt der Mond wieder aus dem Erdschatten heraus. Der Himmelskörper befindet sich von meinem Standpunkt aus über meinem beschaulichen Heimatort. Die Umgebungstemperatur ist in den Nachtstunden der totalen Finsternis gefallen und die warme Luft über den Gebäuden steigt auf. Außerdem nähert sich der Mond dem Horizont, wodurch das Licht einen längeren Weg durch die Erdatmosphäre zurücklegen muss. Die Mondsichel flimmert daher deutlicher als zuvor. Der Effekt macht sich stärker bemerkbar, je weiter der Mond aus dem Kernschatten heraustritt, diese Sequenz ist um 5.40 Uhr aufgenommen worden. Mein Beobachtungsstandort liegt bei den Koordinaten 50,444028 Grad nördlicher Breite zu 8,137021 Grad östlicher Länge, nahe dem Zentrum Deutschlands. Die Zeitangaben entsprechen der mitteleuropäischen Sommerzeit, was einem Plus von 2 Stunden zur koordinierten Weltzeit entspricht. Um 6.10 Uhr ist schon deutlich mehr als die halbe Mondoberfläche sichtbar. Per Zufall liegt die Flugbahn eines Passagierjets in Sichtlinie zum Mond, der Flughafen Frankfurt Main liegt nur etwa 80km entfernt. Der Jet befindet sich keinesfalls im Steigflug, sondern bewegt sich in Wahrheit horizontal. Der Pilot zeigt uns somit deutlich, dass ich das Objektiv in seiner Halterung so gedreht habe, dass sich der Mond stets parallel zur horizontalen Bildachse bewegt, um den Himmelskörper für eine möglichst lange Zeit filmen zu können. Wie bereits gesagt ist ein Nachführen mit dem simplen Stativ unmöglich. In Wahrheit bewegt sich der Mond nicht nur horizontal, sondern mittlerweile auch wieder nach unten, dem Erdhorizont entgegen. Entsprechend ist der Kernschatten von meinem Standpunkt und mit meinen Füßen auf dem Boden befindlich, rechts unten zu sehen. Um 6.20 Uhr ist die vorletzte Videosequenz entstanden. Mein erster Versuch, den Mond auf Video zu bannen, nähert sich dem Ende. Ich werde in Zukunft sicher weitere Bilder und Videosequenzen von diesem faszinierenden Himmelskörper aufnehmen. Die nächste von meinem Standort zu sehende totale Mondfinsternis findet in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2018 statt, genug Vorbereitungszeit für eine bessere Aufnahme. Um 6.25 Uhr ist die letzte Videosequenz entstanden. Der Vollmond verlässt den Kernschatten, womit die totale Mondfinsternis um 6.27 Uhr endet. Die Nachbauanleitung meines improvisierten Teleskops findet ihr auf der Projektseite. Danke fürs Angugge un bis bald. Vielen Dank.